... auch wirklich überhaupt nicht zu sehen. Die wollten einfach nicht stören, Bayern nahmen das an. Makai, Hackentrick, klasse gemacht, Ballack, kurze Drehung, Ballack, Tor! 0-1, 19. Minute. 15.53 Uhr, die Bayern waren rechnerisch, mal deutscher Meister. Herzsch, Engelhardt und Metomo zu weit weg. Makai mit der Vorlage, Ballack mit dem Tor, die Bayern waren vorne und Schalke, Erich Laser, musste jetzt.